Wenn jemand weiß, was am Ende von drei Jahren rauskommt, dann ist das nicht wirklich Forschung. Dieses Institut entwickelt Systeme, die wesentlichen Akteure des Flugverkehrs zu unterstützen. Lotsen Arbeitsplätze gestalten. Wie kommt ein Flugzeug von A nach B? Welche Unterstützungssysteme brauchen Piloten? Ich finde das spannend, sehr spannend. Wir kommen jetzt langsam schon an die Sättigungsgrenzen. Der Luftverkehr wird weiter steigen und wie man das zukünftig sicher abbildet, da gibt es unglaublich viele Herausforderungen. Ist es wirklich möglich, dass ein Mensch mehrere Flugzeuge steuert? Sie müssen diese Geräte in den Luftraum integrieren. Was mache ich denn, wenn jetzt Schneefall auftritt? Wie kann ich denn die Ressourcen besser nutzen? Die Einzigartigkeit des Instituts. Dass wir hier diese ganzen Anlagen haben. Die komplette Validierungskette. Diese Anflugprofile sind wir mit unserem Airbus schon abgeflogen. Dass wir aber auch Designs und Fachexpertisen hier haben. So eine Forschungslandschaft haben ganz, ganz wenige auf der Welt, wenn überhaupt. Jedes Prozent reduziert den CO2-Eintrag. Dass wir die Luft- und Raumfahrtingenieure, aber auch Programmierer haben, die diese Ideen umsetzen können. Wir haben viele, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die richtig Spaß an ihrer Arbeit haben. Wir machen unheimlich coole Sachen. Wir erleben halt häufig die Geburtsstunden mit. Die Herausforderung liegt eher nicht darin, das zu machen, was technisch möglich ist, sondern das, was für den Menschen notwendig ist. Das war die, was für die Menschen, die wir sind. Bis zum nächsten Mal. Wir kommen hier in der Kühner- und Wir kommen hier in der Kühner- und Marathon.